140.000 LED-Lämpchen brennen hier. Las Vegas wäre stolz auf uns und wir haben über knapp fast 600 Bäume, die wir bespielen und die Strecke ist 4,5 Kilometer und wenn Sie rechnen, links und rechts sind die Bäume, dann haben wir fast 9 Kilometer Beleuchtung. Wir haben also schon vor vielen Jahren umgestellt auf LED-Leuchten, das heißt der Energieverbrauch ist bei uns sehr gering. Selbst in diesem Bereich machen wir noch eine Einsparung von 30 Prozent, indem wir die Zeiten reduzieren. Für uns ist es ja Tradition, dass diese Beleuchtung ist seit vielen Jahrzehnten und deswegen ist es gerade in dieser schwierigen Krisenzeit umso wichtiger, dass es wieder leuchtet und uns Hoffnung gibt.